hallo hier ist benjamin meyer herzlich willkommen zu meinem podcast schamanisch bewusst hier geht es um schamanismus naturkräfte spiritualität und um bewusstes leben bewusstseinserweiterung nicht alltägliches mystisches und ich werde immer wieder mal gefragt wie lange denn eine schamanische ausbildung dauert wenn jemand vorhat eine schamanische ausbildung zu machen wie lange dauert denn das wie viel zeit muss ich investieren um abschätzen zu können okay wie intensiv ist das habe ich da noch zeit für anderes ja oder möchte ich das überhaupt machen weil mich das vielleicht überfordert darauf möchte ich in dieser folge eine antwort geben ja schamanische ausbildung da geht es darum außersinnige wahrnehmung zu lernen mit dem bewusstsein in andere dimensionen zu reisen die alltags realität besser steuern oder erst recht also erst mal steuern lernen so bewusst steuern dann spirituelle heilarbeit die lebensenergie steigern mit naturgeistern und deren kräften zusammenwirken zusammenwirken und so weiter und so fort schamanismus hat eine menge zu bieten ist auch ganz klar weil das gibt schon sehr lange sehr lange und wir menschen sind einfach ja in diesem ganzen nicht alltäglichen bereich zu krassen sachen fähig die meisten nutzen das nicht oder oder wollen sich nicht damit beschäftigen aber da sind echt krasse sachen möglich und damit man ja wenn man in diese krassen fähigkeiten und diese möglichkeiten da einsteigt dass man da sich selbst und anderen nicht schadet ja es ist wichtig dass man das richtig lernt ja und man muss das auch richtig lernen damit das auch richtig gut und sicher funktioniert dass man weiß was man da macht und deswegen braucht man da eine richtig gute fundierte ausbildung ja das geht nicht ohne man kann schamanismus nicht aus büchern lernen und auch nicht nur durch youtube videos das probieren ja manche aber das geht nicht da kann man sich informieren ein bisschen inspiration holen das ein oder andere ausprobieren auch um das richtig zu lernen da wo es richtig interessant wird da braucht man von der ausbildung ja man braucht einen schamanischen mentor mindestens ein oder mentorin man braucht eine anleitung man braucht gute erklärungen ja man braucht zwischendurch mal feedback man braucht unterstützung ja dass man da richtig gut durchkommt dass man ja fehler machen ist okay aber die großen kann man ja vermeiden wenn da einer ist der sagt mach so und nicht so ja weil so funktioniert so nicht und so machen schaden und so wird alles gut ja man kann natürlich auch viel zeit und energie reinstecken und dasselbe rausfinden aber braucht man ja nicht wenn es da leute gibt die den weg schon gegangen sind und genau wissen wie es funktioniert ja da ein an der hand nehmen können schritt für schritt wer schamanisch begabt ist da kann auch erst mal alleine loslegen aber irgendwann kommt zu der punkt wo einfach dinge geschehen die auch gefährlich werden können bzw die auch enorm verunsichernd sein können und auch verwirrend ja und genau da braucht man dann jemand der den weg eben schon eine weile länger geht und er weiß was er tut ja schamanismus ist kein spielzeug das ist nicht so ich mach mal ich mach mal räucherstäbchen an trommeln ein bisschen und unterhalte mich mit dem krafttier ja das gehört zum schamanismus dazu aber wenn man da richtig was lernen möchte dann da muss man sich einfach auskennen da ist das da muss man das ernst nehmen das ist wie wenn du wenn du also ich denke da so an so ein formel 1 rennen rennwagen fahrer oder ein pilot deren passagier flugzeug fliegt das sind auch keine spielzeuge da muss man wissen was man tut hat eine menge verantwortung und muss das richtig gut lernen weil das so gefährlich werden kann allein schon ins auto steigen und von a nach b fahren kann richtig das kann tödlich enden wenn man nicht weiß was man tut ja und ja man muss das lernen damit man keinen schaden anrichtet bei sich nicht und für andere auch nicht deswegen ist es auch hier wichtig im bereich schamanismus eine gute ausbildung zu absolvieren und dann dranbleiben und trainieren und sich immer weiter fortbilden weil einmal was gelernt und zehn jahre lang nicht mehr geübt oder oder nicht fortgebildet dann kann auch wiederum sein dass sich der ein oder andere fehler einschleicht und dann muss man dranbleiben aber genau genommen ist es ja somit allem in der welt ich betone das einfach nur weil in diesem spirituellen schamanischen bereich da denken manche leute an nee das mache ich mal intuitiv wie es mir einfällt und das geht oft einfach auch schief ja und wenn man es richtig ja lernen möchte wenn man richtig viel bewirken möchte da muss man auch das gut lernen und viel trainieren das ist einfach so so und wenn man jetzt fragt ja wie lange dauerten jetzt so eine schamanische ausbildung dann gibt es da mehrere faktoren die man dabei beachten muss um diese frage ja zu beantworten weil die kann man natürlich nicht pauschal beantworten und sagen ja eine schamanische ausbildung dauert immer zwei jahre oder dauert immer ein wochenendseminar oder was auch immer oder dauert immer 20 jahre geht nicht es gibt mehrere faktoren der erster faktor ist bei wem machst du eine ausbildung eine schamanische wie es wie ist diese schamanische ausbildung aufgebaut was ist das für eine tradition ja wie ist die lehrweise dort das ist ja entscheidend und da gibt es keine einheitliche lehrweise keine einheitliche tradition und so was wenn man zum beispiel von einem von einem von einem lehrer lernt mit dem man nur alle paar wochen oder nur alle paar monate mal kontakt hat dann kommt man halt langsamer voran wie wenn man sich täglich sehen kann ja das ist klar außen kommt natürlich darauf an wie wie viel man selbst trainiert ich habe früher nur vor ort in seminaren schamanisch ausgebildet und da sieht man sich zwischendrin zwischen den seminaren viele wochen lang gar nicht hat keinen kontakt und da kommt sehr darauf an wie vielen schüler eigenständig zu hause trainiert und wenn der kaum trainiert dann kommt da nicht so gut voran dann dauert eine ausbildung natürlich länger oder das ein gewisses niveau erreicht jemand der richtig viel trainieren richtig viele fragen stellt und so der kommt schneller voran ist eigentlich auch wieder bei allem in der welt so dann ist eine schamanische ausbildung natürlich die ganz klar schritt für schritt aufgebaut ist wo alles fein säuberlich erklärt ist wie zum beispiel bei mir meinem schamanischen heimteinnehmen also wenn eine schamanische ausbildung so aufgebaut ist dann kommt man natürlich schneller voran als wenn man alles selber herausfinden muss oder wenn man kaum erklärung bekommt oder das einfach so hingeschmissen kriegen sagt hier mach mal so oder wenn es einfach nur intuitive techniken gibt das gibt es auch ganz viel wo so irgendwie eine larifari technik dann probieren leute aus mal geht es gut mal nicht man weiß eigentlich nicht was man macht dann wurschtelt man so rum und dann viele lassen es dann weil sie nichts damit anfangen können und andere sagen das schamanismus ist weiß auch nicht ob ich dafür geeignet sind dann kommt selbst zweifel und so was es muss alles gar nicht sein ja es sind einfach nur so ein paar beispiele jetzt naja also auf die lehrweise kommt davon der zweite faktor was ist das lernziel dabei wie weit möchte man dabei kommen wie tief einsteigen das heißt welche fähigkeiten möchte man wie weit trainieren und und welche rituale welche vorgehensweisen möchte man da lernen das kommt natürlich wieder auf das ausbildungsangebot an Aber ich denke, bei jeder Ausbildung ist es dann die Frage, okay, was möchte ich alles lernen? Wie weit möchte ich meine Fähigkeiten trainieren? Was bin ich bereit quasi dafür zu tun, um so und so gut zu werden oder das und das zu lernen? Und das ist ein Bereich Schamanismus, das ist ein Open End. Da kannst du ein Leben lang trainieren. Und da schamanische Arbeitsweisen einfach im nicht alltäglichen Bereich des Lebens stattfinden, muss man erst mal lernen, sich da zurechtzufinden. Beziehungsweise erst mal da hinkommen, da reinkommen in das Nicht-Alltägliche und erst mal so wahrnehmen zu lernen. Weil vom Alltäglichen direkt in dieses mystische, nicht greifbare einzusteigen, einfach so, das geht nicht. Das muss man lernen, Schritt für Schritt. Man muss da hingeführt werden. Man braucht bestimmte Fähigkeiten, die einem das erst mal ermöglichen. Und trainiert man diese, ich nenne die jetzt mal Grundlagenfähigkeiten vorab, dann diese ganz klar, wenn man die ganz klar austrainiert, dass man weiß, was man macht, dass man die so wie Werkzeuge benutzen kann, aufeinander aufbauen kann, dass man genau das erreicht, was man möchte. Und dann erst geht es los. Das ist der Grundstock. Und erst dann ist man in der Lage für fortgeschrittene Sachen, für Heilarbeit, um irgendwo mit Trance reißen, was weiß ich wohin zu gelangen. Und dann kommt man auch schnell voran. Wenn aber so ein Grundlagentraining fehlt, dann wird es zäh. Und dann kann das Jahre dauern, bis sich entsprechende Fähigkeiten, die man eigentlich für alles da braucht, erst mal aufbauen, wenn überhaupt. Und da gibt es dann auch viele, die aufgeben. Die machen kein Grundlagentraining, weil sie es nicht wissen, weil sie es in ihrer Ausbildung vielleicht nicht gelernt haben, sondern einfach, hey, wir machen Trance reißen, jetzt wird getrommelt, mach mal, guck mal, was passiert. Ohne, dass man davor die Fähigkeiten gelernt hat, die man dafür braucht, dass man das aktiv machen kann. Das ist schwierig. Und dann kann das natürlich sehr, sehr lange dauern, bis sich solche Fähigkeiten quasi von alleine zeigen. Anstatt, dass man hingeht und die systematisch trainiert, genau die, die man braucht, dann geht das schneller. Das dauert eine Ausbildung nicht so lange. Oder ich sage mal, die Ausbildung, bis man dann einigermaßen schamanisch arbeiten kann, dauert nicht so lange. Und da gibt es auch verschiedene Stufen bei einer schamanischen Ausbildung. Die wird es überall geben, nicht nur bei mir. Stufe 1 ist, man macht das für die eigene spirituelle Heilung, als persönlicher Entwicklungsweg sozusagen. Stufe 2 ist, man macht das noch, um anderen zu helfen, mit schamanischen Vorgehensweisen. Dafür braucht es natürlich mehr Ausbildung. Man muss mal wissen, wie das geht. Dann die dritte Stufe ist, dass man mit fortgeschrittenen Techniken und Themen umgeht. Dafür braucht es wieder mehr Ausbildung. Und Stufe 4 ist dann quasi, dass man andere schamanisch anleitet oder gar ausbildet. Und das braucht weitere Ausbildungen, aber auch weitere persönliche Entwicklungen. Weil da braucht es ja nicht nur didaktische Kompetenzen, sondern ganz andere schamanische Kompetenzen nochmal. Das wird erweitert. Und natürlich ist dann immer die Frage, wie weit will man seine schamanischen Fähigkeiten trainieren? Das ist so, jemand, der so ein halbes Jahr lang mal so ein bisschen trainiert hat, der ist natürlich wo ganz anders im Vergleich zu jemandem, der zehn Jahre lang intensiv trainiert. Und der, der das überwiegend alleine macht, so vor das Hirn, weil er irgendwie selber so rumprobiert, da steht natürlich nach zehn Jahren oder nach zwei Jahren wo ganz anders im Vergleich zu dem, der über Jahre einen fähigen schamanischen Mentor an seiner Seite hatte. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ja, und das Dritte, muss man eigentlich sagen, so eine schamanische Ausbildung ist wirklich dann erst zu Ende, wenn man aufhört schamanisch zu trainieren beziehungsweise zu praktizieren. Weil auch wie bei allem in der Welt, man lernt durch Erfahrungen immer weiter, die man macht. Man wird umso besser, je weiter man übt. Und da gibt es eben so einen Grundstock, dass man sagt, okay, jetzt hat man alle schamanischen Fähigkeiten, um schamanisch zu arbeiten. Und dann könnte man sagen, gut, dann ist die Grundausbildung fertig. Aber dann geht eigentlich das Lernen erst so richtig los und das kreative Arbeiten. Weil dann kommt man mit Dingen in Kontakt, die sind einfach einmalig, die sind unbekannt. Und da kommt es darauf an, wie gut man ist und was man daraus macht oder ob man das überhaupt mitbekommt. Und da geht das Lernen nochmal ganz anders los. Auch wenn man anfängt, andere auszubilden, eine ganz neue Lernstufe, weil man sich dann die Frage stellen muss, wie kann der andere das gut lernen? Wie kann ich dem das vermitteln, dass da gut reinkommt? Was braucht der? Wie kann ich den motivieren und so? Wie kann ich dem bestimmte Erfahrungsräume da eröffnen im nicht alltäglichen Bereich? Das ist teilweise herausfordernd. Sehr. Okay. Jetzt erzähle ich dir noch, wie lange ein schamanisches Training bei mir dauert. Weil man muss einfach überall, wo es das gibt, nachfragen und gucken, wie ist das aufgebaut? Und was bekomme ich in der Zeit? Und wie ist die Lehrweise? Weil das eben ganz unterschiedlich ist. Du hast so ein paar allgemeine Sachen gehört, wo du selber drüber nachdenken kannst. Zeige ich dir noch, wie das bei mir ist. Ich habe ein schamanisches Training für zu Hause entwickelt, bei dem du jederzeit einen schamanischen Mentor erreichen kannst, der dich unterstützt. Das Ganze ist Schritt für Schritt aufgebaut, sodass du das auch ganz nebenbei im Alltag machen kannst. Also deine schamanischen Fähigkeiten quasi im Alltag nebenbei entwickeln kannst. Du brauchst aber schon Zeit dafür täglich. Also extra Zeit dafür. Man kann das nebenbei auch viel machen. Im Alltag integriert. Und das ist gut, weil das passt zu unserer Lebensweise. Wenn man jetzt neun Monate irgendwie in den Dschungel muss, um das zu lernen, das würde nicht jeder packen. Muss es, braucht es aber wirklich nicht. Und bei uns wirst du neun Monate begleitet. Neun Monate ist so eine gute Zeit. Und nach neun Monaten kannst du schamanische Heilarbeit mit allem drum und dran, hast du komplett gelernt, wenn du fleißig geübt hast. Und Trance Reisen und Krafttiere und Baumgeister und Runenkräfte und was weiß ich was. Das ist ein Komplettpaket sozusagen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, dann habe ich noch ein Training für Fortgeschrittene. Das geht nochmal neun Monate. Kann aber auch alles verlängert werden. Man kann das ja immer weiter trainieren, auch wenn einen keiner begleitet. Aber wir begleiten halt erstmal neun Monate. Und im Heimtraining Stufe 2 sozusagen nochmal neun Monate. Also sagen wir mal, so in ein bis zwei Jahren kannst du bei mir klar strukturiert lernen, sehr schnell vorankommen. Und zwar mit Leichtigkeit. Bei uns ist Leichtigkeit ganz wichtig. Dass Leichtigkeit kommt rein, wenn man einen Schritt-für-Schritt-Plan hat und einfach ein Training, was man quasi Schritt-für-Schritt gehen kann. Das sicher ist und das funktioniert. Man muss sich da nur an die Struktur halten. Da nicht ausbrechen, nicht probieren, was Eigenes zu machen, weil da steht natürlich viel Erfahrung dahinter. Ja, genau. Und um mehr über die Inhalte und den genauen Aufbau zu erfahren, komm einfach mal in Gespräch zu uns. Ja, ein kostenfreies Beratungsgespräch. Da prüfen wir dann auch, ob das das Richtige für dich ist, wo du schamanisch stehst. Wir gucken auch, was du bisher schon gemacht hast. Und ja, wenn du bei uns zu einem Training kommst, dann gehörst du vielleicht schon bald zu den schamanischen Profis. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.